So, hier. Sehen wir da irgendwas? Hier hätte ich es gedacht, aber da ist es nicht. Das muss ich hier noch sein. Aber hier ist auch nichts. Das muss man aus der Sicht nicht einfach hierher kommen. Doch, das ist da. Hier. Käferfleisch. X. Hier. Schatz gefunden. Yay! Wir kriegen fiese Tricks, Talisman. Willenskraft plus 7. Beuteponus minus 87% fiese Tricks. Derzeitig. Stangen. Den nehmen wir doch glatt weg mal an. Dualsteinflackung des Lichts. Müsste wieder ganz oben sind. Wiese Tricks, Talisman. In. Hup. Wir haben gefunden. Die nächste Formation? W- Tchaik. Wie ist es, wenn ich mich benutze? Wie ist es denn? Na wo ist es? Wie ist es, wenn ich mich umklage然後 macht Die ich nicht nur an dem中国銀àont das haben wir hoffentlich finden hier einfach durch rennen da wäre noch nicht alles erforscht noch alles möglich sein das würde ich jetzt nicht übergeben wegen feuerball durch das jedoch bloß alles erforschen haben wir da oben zwei komische auch ein sprichling des gold baumes haben wir nie benutzt das blöde zeug aber seht das so lohnt es sich dass man gelegentlich mal rumguckt weil wir eh keine erfahrung mehr kriegen einfach hier so rumtatzen rin 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 so was kann man mitnehmen da geben wir jetzt mal gas jetzt sind wir natürlich schön im arsch warum ist der schneller als wir das ist doch kacke jetzt haben wir alles erforscht weiter wie gesagt hier suchen wir drei penisse und drei weiter daneben ist auch noch irgendwas drei penisbäume und drei steine wieso was hast du verstanden knuff schieb aber ich kann es dir mal zeigen inventar da das hier 123 penisse und 123 steinchen die müssten irgendwo hier unten sein also auf gut deutsch hier ist nichts vergisst das mit den penissen du gehst mir aber auf den sack du stück scheiße aber ganz knapp überlebt belegt mir ob ich die laufschuhe anziehe hier du gehst mir und kannst ihn da unten angreifen gott geht mir das auf den sack weg da bin ich ein lettvieh ein nutvieh was erwartest du von mir i like penis big art ich glaube ich verspöre knuff schieb gerade Oh, hier ist auch alles erforscht. Ich denke nicht laut, ich denke versaut. Äh, da links. Da runter. Feuerball. Das, das einfach so geht, dass die an... Alter, was ist das hier? Ach, tschüss. Tschüss. Hier, du kriegst einen Feuerball in die Fresse. Also das ist gerade echt ein bisschen stark übertrieben. Weiß mal, ich müsste es nicht alles erforschen. Aha, du wirst Schmuddelcheap genannt. Äh, hätte man sich denken können, wenn man, äh, deine Padongkadongs im Stream sieht. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Viecher hier hasse? Äh, du kannst dich damit rumärgern. Das ist... Bye. 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 Oh, da darfst sie zwei abkriegen. Hahaha, ihr habt Gefühle. Hahaha. Ryo und Vintis. Okay. I don't judge. Und wenn ich die Padongkadongs nenne, äh, ist es ja eigentlich auch nicht böse. Oder? Oder? Und da hin gehen. Dann den Sprung. Da hin machen. Jetzt schön Feuerball ins Gesicht. Pfeffern. Nee, du, lass mal. Ich kann mit solchen Dingen echt nicht viel anfangen. Einmal alles erkunden, hier soll es irgendwo was geben und das bin ich. Äh, gehörtes Ungetüm. Zwei gehörte Ungetümer. Ah, den darfst du kriegen. Da drüben haben wir Insekten. Ähm, hallo und tschüss. Du darfst mich in Ruhe lassen. Wie oft mir dieser komische Schatten schon das Leben gerettet hat. Du verstößt mich gerade, Knopf. Bin doch lieb und nett und unschuldig. Ich kann kein Messischen trüben. Wer was anderes behauptet, ist, der lügt. Da hin. Ja, die Bestienköder. Aber nicht schön genug. Au. Sie haben mich mal wieder getötet. Ach, das ist ein Install. Ich hab ne lustige Idee. Wir haben die Stiefel der Schnelligkeit, die nehmen wir mal mit. Ich hab noch keine Mods. Die Stiefel der Schnelligkeit. Das seh ich mir mal an. Jetzt können sie uns echt mal gehörig am Arsch lecken. Ich hab hier einfach gerade runter. können wir drei schritte gehen ohne dass irgendwer was machen kann damit laufen wir jetzt auch den dicken ronnviechers weg die kriegen doch nicht mal mit dass wir da sind das ist eigentlich noch als erforscht wir machen speedrun taktics wir ignorieren alles ist jetzt weiter wollt ihr mich verarschen als ob das blöde viel wieder lebt manchmal ist dieses spiel echt kacke hier ist ein feuerball sack heißt wir haben auch den dings nicht gefunden schatz doch den haben wir komisch so da hin wo kriegst den ab wird nicht muss mich jetzt stundenlang mit diesem blöden schleim rum klopfen klopfen war ja klar du kannst mir auch auf den sack gehen hier hin springen dahin springen auch aber schatz das so Ach, falsche Richtungen laufen. Ihr dürft mich mal alle ganz herzlich am Würzel lecken. Komm, du bist mein Freund. Geh bis dahin. Trotzdem. Geh bis dahin. Geh bis dahin. Geh bis dahin. Geh bis dahin. Das ist jetzt echt kacke. Hopp. Hopp. Geh bis dahin. 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 ja du bist freund läuft mal wieder zu weit hier ist ein feuerball mal gucken weil wir fertig sind kann sich nur um stunden handeln